Was ist das jetzt für ein Gefühl, wenn Sie jetzt vor dem Turm stehen? Es ist schon bewegend und zwar aus dem Grund, nicht weil ich denke, super, wir sind jetzt fertig, sondern weil ich einfach denke, es ist schon für mich ganz beeindruckend und ganz faszinierend, dass das jetzt aus 50.000 Meinungen besteht, die sich dazu geäußert haben und die jetzt alle in diesem Turm zusammenstehen und zusammenhalten. Was ich jetzt auch besonders schön finde, dass man bei manchen tatsächlich jetzt weiß, was das für eine Karte war oder wer sie geschickt hat. Und speziell an der Stelle sieht man eben, das sind ein paar besonders dicke. Da hat eine Dame im Grunde kleine Kunstwerke fabriziert, indem sie das Thema zusammenhalten. in kleine Bilder aufgelöst hat und da geht es eben um zwei Hände, die sich greifen oder da geht es um eine Büroklammer. Es geht um die Schubladen, die in einem kleinen Schränkchen zusammen sitzen und immer eigentlich dieses Thema des Zusammenhaltens ausdrücken. Musik 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 Untertitelung. BR 2018